die dvds sind aus dem presswerk gekommen meine freunde ich bin super stolz johanna und ich haben uns richtig richtig gefreut ich bin schon fleißig am signieren für jeden der bestellt hat die vorbesteller bekommen die dvd vielleicht auch schon ein bisschen früher und ich zeige euch einmal von vorne wir haben sie diesmal selber design das ist vielleicht nicht die aller professionellste design art aber sie ist mit sehr sehr viel liebe und herz gemacht und hier habt ihr die dvd habt ihr schon in den trailern gesehen wir haben drei verschiedene bonus materialien drin wir haben outtakes wir haben inspirationen wir haben freestyles und das konzert ist in zwei teile angeteilt jeweils 90 minuten ungefähr also sind über zwei stunden auf jeden fall und ja ich freue mich super auf den auf den sechsten zwölften wenn das ding rausgeht ihr könnt sie jetzt schon vorbestellen und in dem zweiten video zeige ich euch gleich noch was wir noch so für specials am start haben eine schöne weihnachtszeit lasst es euch gut gehen und wir sehen uns bald auf den konzerten wieder wieder nein es die ein Avache, 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 Avache.